und damit begrüße ich euch zurück zu einer runde dvd mit dem lieben össi moinzen moinzen und roter wald und roter wald heiser auftrat bc die vor dem kopf auch ja es ist jetzt der größte alle sein zarten das hat auch ab und geht sich getroffen greift ja weiß nicht man nicht nur in hart oder wenn du ihn drauf ist dann mich umgären mit mehreren leuten generator normales so der Typ macht es uns selbst immer um abzumachen aufzuhören macht es natürlich auch meistens ich mache es nur eigentlich mal nicht so viel was an die Stiftung der Chefstreten bleibt haben sagt jetzt auch wieder getroffen aber er hat auch eine Runde da hat ein Kollege auch gemacht und so ein Kollege und da war ich dann auch ja ich habe noch nicht verkacken weil ich sage es so zu zweit ist das immer am besten wenn man das macht er übertreibt junge wenn übertreibt übertreibt doch nicht die Idee wie die Sekunde absetzen Gigi ja 3-6 getroffen davon wir haben Prozent Prozent ein ein Festtag haben wir nur ein Jahr bis ein zweiterlich 2 ok der eine war hier bei mir ja der eine ist im hau Prozent auf dem Haus oben auf der auf der Terrasse da ist er ob ich hab da geht ich mal hin ja nicht was worden nächstes den hat er auf die Köln geben ist nein du Arschloch Entschuldigung er hat deswegen ach so stark was der Schock mit dem Tote ein es wurde mal weg gemacht ach so Gigi er ist so ein Wieselkopf er guckt doch mal wieder high das hört sich an der Säge wenn jemanden nie ist halt wenn du das nachdem ich wegdenkst du es so fühlt er sich wahrscheinlich als ist er wirbt dann darf er das aber wir beim Arsch wir beim Arsch wir beim Arsch wir beim Arsch ich kann sie sagen bei dem und der Wiesel bei dem Wiesel ist es schon so ist es schon weg ja und da machen wir noch YouTube auf war ja röhr woher 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 bei dir oder wie ja so ein bisschen der hat sich aufgeklärt an mir und an die Reißfresserin wo ja ja der mags nicht alleine ja auch ja ich versuch schon weg zu gehen von dem Chen mach den weiter ja auch RIPBOSS was er will zu dir oder was scheiße ja ich glaub die Fang spielt mit ihm also usw an Kv du wolltest mich Body blocken Fick dich A 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 jetzt nicht mehr Oh Du Sau Sack Ich find's grad extrem... Ach so, der ist Strike, oder? Ja. Die wollten mich echt blocken, die blöde Kuh. Oh, nicht mehr rein. Komm, ich pack das, ich pack das noch, ich pack das noch. Ich bin ja hier, ich bin hier. Ach so, du bist auch da. Nice. Ja, wo ich dort angefangen habe, war noch keiner dort. Das ist Barbecue-Body. Nein, ich glaub nicht. Nee, weil es machte keine Anzeichen. Ich komme von hinten. Erwärts, 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 Baby. Hat er dich? Nee. Warte, er hat einen Vollhecker, oder was? Der ist hier am Haus, okay. Ich rette und hau ab. Okay, pass. Nee, nee, Reißfresserin. Er weiß, wo wir sind. Er sturgt dich! Ja, ich sag dir doch, das ist so ein bisschen ein Troller. Weißt du, die bleibt dort, guckt mich an, ich soll zu heilen, und da geilt sich auf. Ah, ja, der Michi. Ah, wo, da hinten. So geil kann man doch nicht sein, Alter. Wie der. Sicher? Nee, Alter, das ist doch schön übertrieben. So schnell kommt man auf ein interessantes Thema, aber. Oh ja. So, ich bin bei der Check, bist du in der Nähe? Nee, der ist bei mir jetzt. Oh, da muss ich, oh Gott. Er liebt mich. Nein, du darfst jetzt innerhalb von der nächsten 30 Sekunden nicht down gehen. Ich wiederhole. Ja, ich versuch's. Down gehen. Ich versuch's. Oh, hier schwebt Quenny rum. Ja, geh retten. Oh Mann, Quenny. So. Geh zurück zum Haken. Ja. Als ob der das wusste, dass die jetzt abgehoben wird, ne? Naja. Der ist schon vorher zum Haken rüber. Ja, gut, das ist eigentlich nur taktisch. Ich glaub, ich glaub, er will mich nicht immer so richtig. Finde ich mir gut, dass ich dir wegsack. Die wollte trollen. Was hat man davon? Nee, ne? Ja, es hat er vielleicht mitbekommen, hat gedacht, er kommt. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Da kommt's. Oh, wow, 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 wow. Oh, GG. Weißt du, genau da, wo ich mich verstecken will, kommt der auf einmal um die Ecke. Oh nein. Ja, ich hab's gemerkt. Ah, das ist natürlich scheiße. Aber ich mein, die Idee war gut, so unterm Fenster, weißt du? Aber, leider nicht so. Wo ist er? Klopf, klopf. Ja, ich seh'n. Nein, oh, ich, ich, wow. Mein Sprintbus ist getriggert, aber ich komm' nicht mehr weg. Alles gut. Ich versuch' mich mal zu befreien, ne? Ja, mach' mal. Weißt du, wenn du's versuchst, klappt's nicht, ne? Wenn du's nicht versuchen willst, klappt's. Ja, ja, er wartet ja. Ich probier's, vielleicht krieg ich noch 1500 Punkte. Nope. So, mich erzielt sein Leben hier neben mir. Na, moin. Na, man kann dir, na, man kann dir nicht mehr erraden, ne? Ja, aber viele Punkte gibt's da nicht, enge ich hab, das sind die Beben. Ja, ja. Was, was ist mit dem Punkt? Ein Minus-Pip ist das? Ja, ja. Äh, ich glaub' er nicht, ich glaub' mindestens Dave muss es sein. Ja, bei mir, ich kann. Echt? Ja, bei mir ist's. Ich habe nicht viel gemacht. Schauen wir mal. Du musst ja rechnen, ich weiß nicht, wie viele Generatoren wurden gemacht von den Festaxen. Zwei? Zwei, ja. Du musst 9000 Punkte wegrechnen. Ja, ja, das ist klar. Aber ich sehe es ja im Dings, in der zweiten Spalte. Ja, Safe Pip, sogar knapp ein Pip bekommen. Recht cool. Ich glaube, ich habe einen verloren. Schade. Moment, jetzt sind die von den Festaxen die Punkte wieder nicht hinten drauf, ja? Weil da steht 9000. Und du hast 7000. So, einmal werden die draufgerechnet hinten und einmal nicht. Ist ganz seltsam, oder? Okay. Ja. Bei mir stehen die jetzt nicht dabei. Naja. Na gut, ich sagte doch, der Chili, siehst du? Gut, gut, ich hatte keinen mit, du hattest ja einen mit, ne? Steht das, steht die bei dir hinten? Nein, ich habe keinen mit. Okay. Bei der Kante ist ja bei uns nicht dran stehen, weil wir kriegen ja die Punkte nicht. Ja, gut. Ja, okay. Er hat Chili, aber er hat es gut ausgenutzt, sage ich mal. Nein, ich schon. Dann wurde er nur bei mir einmal gezeigt, wo ich bin. Ich war ja auch hinten. Nur ich habe ja Open Evasion. Ich habe es halt Glück gehabt. Gut. Verabschiede dich. Dann hat er sich schon verabschiedet. Bis dann. Ciao. So ein Arsch, Leute. Ohne Mist. Alles, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.